William K. Stewart, Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes und die Shakespeare-Gesellschaft Die neuen Abenteuer Ein Bookstream-Hörbuch, gelesen von Christoph Hackenberg Es war am frühen Nachmittag, als Inspektor Lestrade unvermittelt in der Baker Street erschien, um Sherlock Holmes und mir einen neuen Fall vorzustellen. Da wir gerade ohne dies keine anderen Aufgaben oder Pläne verfolgten, erschien eine beratende Ermittlungstätigkeit für Scotland Yard durchaus willkommen. Worum handelt es sich denn bei dieser Angelegenheit, wollte Holmes wissen, der sich selbstverständlich wieder einen herausfordernden oder zumindest außergewöhnlichen Fall wünschte. »Es geht um Mord«, erklärte Lestrade. »Das Opfer wurde erdolcht.« Holmes setzte eine leicht verdrießliche Miene auf und erwiderte, »Sie wollen mir doch nicht etwa die Aufklärung einer sinnlosen Gewalteskalation unter Angehörigen der Londoner Unterwelt antragen. Für solcher Art Kriminalität braucht es meine Aufmerksamkeit wohl nicht. Damit werden Sie gewiß selbstfertig.« Der Inspektor schüttelte den Kopf. »Aber nein, Holmes«, entgegnete er, »wegen einer tödlichen Messerstecherei im Ganovenmilieu würde ich Sie niemals belästigen. Ich kann Ihnen versichern, wir haben es keineswegs mit einem Vorkommnis in der Unterschicht zu tun, ganz im Gegenteil.« »Nun sagen Sie mir doch endlich, wer ermordet wurde«, forderte mein Freund ungeduldig. Doch Lestrade ließ noch ein paar Sekunden vergehen, um die Spannung zu erhöhen. Dann verkündete er, »Der Prinz von Dänemark«. Ich war überrascht und zutiefst betroffen. »Bitte wie?« rief ich. »Prinz Frederik von Dänemark ist das Opfer. Das ist ja entschätzlich und wird politische Folgen haben. Ich wußte allerdings gar nicht, dass der dänische Thronfolger in London ist.« Der schelmische Inspektor hatte mir eine kleine Falle gestellt und meinte nun, »Keine Sorge, Dr. Watson, nicht auf den echten Prinzen von Dänemark ist ein Attentat verübt worden. Ich spreche vielmehr von Hamlet, Prinz von Dänemark.« Zweifellos machte ich ein verwirrtes Gesicht, bevor ich fragte, »Wollen Sie uns veralbern? Für Bühnenfiguren sind wir nicht zuständig.« Holmes wirkte amüsiert und fügte hinzu, »Mein lieber Lestrade, ich denke, die Umstände dieses Falles sind bereits allgemein bekannt. Laertes fügt Hamlet im Duell eine tödliche Wunde mit der vergifteten Waffe zu. Er leidet selbst aber Gleiches. Im Hintergrund trägt allerdings Claudius die Schuld, und dieser wird auch zur Verantwortung gezogen durch seinen erzwungenen Suizid. Sie werden das Stück doch gewiss schon einmal gesehen oder zumindest gelesen haben, nicht wahr?« Nachdem Lestrade seinen Spaß gehabt hatte, rückte er nun endlich mit der Wahrheit heraus. »Vielleicht hätte ich mich präziser ausdrücken sollen«, gestand er. »Der Mann, der ermordet wurde, ist ein Schauspieler, der in einer aktuellen Shakespeare-Inszenierung den Hamlet gibt.« Sofort beschlich mich eine unheilvolle Ahnung. »Sie meinen doch nicht etwa die gegenwärtige Produktion der Londoner Shakespeare-Gesellschaft?« »Warf ich ein.« »Das würde ja bedeuten, dass Sir Vincent Lionheart das Opfer ist.« »So ist es«, bestätigte der Inspektor. »Um Himmels Willen, entfuhr es mir.« »Einer der größten Shakespeare-Interpreten unserer Zeit. Erst vor wenigen Monaten sah ich ihn als König Lear. Welch ein Verlust für die Schauspielkunst. »Erdolcht«, sagten sie, »wie konnte das nur geschehen?« »Genau das würde ich gerne aufgeklärt wissen«, stellte Lestrade fest, um sich an Holmes zu wenden. »Was sagen Sie? Übernehmen Sie den Fall?« Holmes verschränkte die Arme und ging wortlos zweimal im Zimmer auf und ab. Dann kam er vor dem Inspektor zu stehen und erklärte, »Nun gut, die Sache könnte durchaus interessant werden. Ich werde mich daher Ihrer annehmen und sofort mit den Ermittlungen beginnen. Wo ist die Untat geschehen?« »Im Coat Theater in Chelsea«, antwortete der Inspektor. »Lionheart wurde im Theater ermordet«, hakte ich sofort nach. »Allerdings«, bestätigte Lestrade, »um genau zu sein auf der Bühne, bei einer Probe.« »Dann muss es doch allerlei Zeugen geben«, vermutete Holmes. Doch der Scotland Yard Beamte musste ihn enttäuschen. »Leider nein, es befanden sich zur Tatzeit zwar sechs weitere Personen im Gebäude, doch auf der Bühne war Lionheart allein. Er ging wohl gerade einen Monolog durch, als er hinterrücks erstochen wurde.« »Zumindest haben wir ein paar Verdächtige«, kommentierte ich. »Die Anwesenden wurden gewiß festgehalten.« »Natürlich«, versicherte Lestrade, »Sie warten auf Ihre Vernehmung. Und wenn wir uns beeilen, Dr. Watson, dann finden Sie bei Ihrer forensischen Untersuchung sogar noch einen warmen Leichnam vor.« »Als dann, so wollen wir keine Zeit verlieren«, verkündete Holmes, während er seinen Mantel nahm. »Wir fahren nach Chelsea, bevor die Spuren erkalten.« Mit dem Polizeiwagen kamen wir recht bald am Theater an. Es lag gewissermaßen an der Grenze zwischen Chelsea und Belgravia, am Sloan Square, der nach einem prominenten medizinischen Kollegen aus dem vergangenen Jahrhundert benannt worden war. Das Court Theater war ein überschaubares, schon etwas älteres Gebäude. Wie ich gehört hatte, existierten bereits Pläne für einen Abriss und zeitgemäßeren Neubau an gleicher Stelle. Der Eingang wurde von uniformierten Polizisten bewacht, denen Lestrade beim Eintreten lediglich zunickte. Er führte uns direkt ins Büro des Intendanten, wo wir auf den Leiter der unglücklichen Hamlet-Produktion trafen. Er stellte sich als Thomas Warwick vor und wirkte ziemlich aufgelöst. Das schüttere, weiße Haar war ein wenig durcheinander, der Blick trübe, der übergewichtige Körper unruhig. »Ich bin froh, dass Sie hier sind«, erklärte er. »Mein Hauptdarsteller liegt gemorchelt auf der Bühne. In einer Woche sollte die Premiere stattfinden, es ist eine Tragödie.« »Die Tragödie von Hamlet, Prinz von Dänemark«, murmelte ich, doch davon nahm niemand Notiz. »Mein Projekt liegt in Scherben«, setzte Warwick im Jammerton fort. »Welch eine Schmach! »Es hätte mein künstlerischer Triumph werden sollen, doch nun wird es mein Untergang, davon werde ich mich nicht mehr erholen.« »Nun, Mr. Lionheart wohl auch nicht«, erwiderte Lestrade, dem es langsam zu bunt würde. »Ein herber Verlust für die darstellende Kunst des Vereinigten Königreiches«, bestätigte der Regisseur. »Was rede ich? Für die Kunst der ganzen Welt. Er war eine einzigartige Erscheinung, die größte Persönlichkeit der Shakespeare-Gesellschaft. Ich bin untröstlich. Ohne Lionheart fehlt meiner Inszenierung das Herz. »Sie werden doch bestimmt eine Zweitbesetzung vorgesehen haben«, vermutete ich. »Aber natürlich«, antwortete Warwick, »wir sind ja keine Amateure. Doch Lionheart kann man nicht ersetzen. Wir werden die Aufführung absagen müssen. Trotz all der Mühen, die ich mir aufgebürdet habe, was bin ich doch für eine bedauernswerte Person.« Holmes war wohl nicht der Meinung, dass uns die Klagelieder und das Selbstmitleid des Regisseurs weiterhelfen würden. Daher erkundigte er sich über die Begebenheiten am Tatort. »Mr. Warwick, wir alle bedauern den menschlichen wie künstlerischen Verlust, auch den ihrigen. Und so will ich dem Opfer meine Ehre erweisen, indem ich seinen Mörder finde. Dabei müssen sie mich unterstützen, wenn es ihre Trauer zulässt. Wie ich gehört habe, befand sich Lionheart zum Zeitpunkt seines gewaltsamen Todes allein auf der Bühne. Ist das nicht etwas ungewöhnlich?« »Nicht für Lionheart«, entgegnete Warwick. »Es gehörte zu seinen Marotten ohne jede Störung proben zu können.« »Sogar ohne Regisseur?« fragte Holmes verwundert. Unser Gegenüber nickte. »Ja, im Angesicht eines solch großen Künstlers bin selbst ich bereit, dessen ausgefallene Wünsche zu respektieren. Niemand durfte neben der Bühne oder im Zuschauerraum sein.« »Ich konnte dem Gesicht meines Freundes ablesen, dass er dies überaus seltsam fand. Schließlich fügte er hinzu. »Und wo waren Sie zum Zeitpunkt der Tat?« Die Blässe des Regisseurs verwandelte sich in einen roten Kopf. »Ich bitte Sie, Mr. Holmes. Sie wollen doch nicht die Vermutung äußern, dass ich etwas mit der Sache zu tun haben könnte. Ich bin schließlich selbst der größte Leidtragende der nunmehrigen Situation.« »Abgesehen von Mr. Lionheart«, stellte ich leise fest. Doch Holmes ignorierte dies und erklärte, »Keine Sorge, Mr. Warwick, ich hege niemals eine schnöde Vermutung, sondern verfolge stets begründete Verdachtsmomente. Aber so weit sind wir noch nicht. Wenn Sie erlauben, so geht es mir nur darum, ein Gesamtbild zu erhalten. Und dazu gehören auch sämtliche Aufenthaltsorte der im Gebäude anwesenden Personen.« »Das sind polizeiliche Routinefragen«, ergänzte Lestrade. »Ich verstehe«, erwiderte Warwick. »Nun, in meinem Fall gibt es nicht viel zu sagen. Ich war hier im Büro und damit beschäftigt, den weiteren Zeitplan für die Proben zusammenzustellen. Eine weitere vergebliche Liebesmühe.« »Da wir schon davon sprechen«, meinte Holmes sofort, »wie sahen denn die weiteren Pläne aus?« »Der Regisseur mußte nicht lange überlegen.« »Nachdem Lionheart geendigt hätte, wäre ich mit meiner Ophelia sowie mit Claudius einige Passagen durchgegangen. Daher befanden sich beide auch schon im Haus.« »Es handelt sich also um zwei Schauspielkollegen«, verdeutlichte Lestrade uns gegenüber. »Um Miss Judith Oliver und Mr. Charles Lawrence. Sie warten in ihrem Garderoben.« »Ich werde selbstverständlich mit beiden sprechen müssen«, sagte Holmes. »Und wer befand sich außerdem im Theatergebäude, wenn ich mich recht erinnere, Inspektor, dann war von insgesamt sieben Personen die Rede?« »Inklusive des Opfers«, korrigierte Lestrade. »Somit verbleiben sechs. Die übrigen drei neben Mr. Warwick, Miss Oliver und Mr. Lawrence sind wohl Bühnenarbeiter oder dergleichen.« »Aber nein«, unterbrach ihn der Regisseur. »Es sind vielmehr meine Assistenten. Sie verfügen über gleich drei Assistenten?« fragte ich überrascht. »Natürlich«, erwiderte Warwick. »Wissen Sie, es ist überaus schwierig, gute Assistenten zu finden. Es braucht Verlässlichkeit, Verständnis und Fleiß. Jeder Mangel und jede Nachlässigkeit beim Personal fallen auf mich zurück.« Holmes schenkte mir einen provokanten Blick, wandte sich dann aber an den Zeugen. »Das bedeutet, Ihre Assistenten weisen alle nötigen Qualifikationen auf?« Der Regisseur schüttelte den Kopf. »In keiner Weise«, knurrte er. »Ich will nicht sagen, dass es sich um Idioten handelt, aber Ian, Patrick und Kenneth verstehen wenig vom Theater. Daher sind Sie auch zu dritt. Denn zumindest gemeinsam schaffen Sie es zumeist, meine Anweisungen zur Zufriedenheit auszuführen. Sie kennen das doch gewiss selbst, Mr. Holmes, Sie haben ja ebenfalls gleich zwei Assistenten dabei.« Lestrade und ich wechselten empörte Blicke. Unser leitender Detektiv ließ sich hingegen nichts anmerken und setzte fort. »Wo befanden sich die drei Herren während der Tatzeit?« »Das entzieht sich meiner Kenntnis«, behauptete Warwick. »Ich bin Künstler, kein Geheimdienstspion. Sie werden Sie schon selbst fragen müssen. Jedenfalls kann ich für meinen Teil, Ian, Patrick und Kenneth, kein Alibi geben.« »Und diese umgekehrt Ihnen auch nicht«, warf ich ein und wandte mich an meinen Freund. »Verzeihung, nur eine routinemäßige Feststellung, um das Gesamtbild zu vervollständigen.« Holmes lächelte. »Danke, Watson«, sagte er kopfnickend. »Ich sehe, Sie erfüllen Ihre Aufgabe als Assistent gewissenhaft. Nun, wir werden auch diese drei Herren zu einer Unterredung bitten müssen. Sie sind doch verfügbar, nicht wahr?« »Selbstverständlich«, bestätigte Lestrade. »Sie warten in der Kantine.« »In Ordnung«, meinte Holmes. »Wir werden die Reihenfolge der Befragungen von den Umständen abhängig machen. Insofern würde mich interessieren, wer hat denn das Opfer gefunden?« »Das war Miss Oliver«, antwortete Warwick. »Sie fand den leblosen Körper auf der Bühne, kam sofort zu mir, und ich habe umgehend die Polizei verständigt.« »Danke, Mr. Warwick«, erwiderte Holmes. »An Sie habe ich vorerst keine weiteren Fragen. Wir werden daher nun Miss Oliver unsere Aufwartung machen.« Als wir in die Garderobe von Miss Judith Oliver eingelassen würden, konnte ich mich der Annahme nicht erwehren, dass die Schauspielerin schon bessere Tage gesehen hatte, nicht nur aufgrund des Todesfalls auf der Bühne. Sie war rund vierzig Jahre alt und machte, wenn ich dies so unscharmant feststellen darf, einen verhärmten, wenngleich zarten Eindruck. Nichtsdestotrotz begegnete sie uns auf freundliche Weise. »Meine Herren«, erklärte sie sofort, »ich stehe Ihnen in jeder Hinsicht zur Verfügung. Ich habe großes Interesse daran, dass der ruchlose Mord an meinem großen Kollegen aufgeklärt wird. »Ich kann Ihnen versichern«, stellte Holmes fest, »dass dies auch in unserem Interesse liegt, und ich werde alles mir Mögliche daran setzen, des Täters habhaft zu werden.« Plötzlich begann er unvermittelt zu deklamieren. »Ich will fechten, bis mir das Fleisch gehackt ist von den Knochen. Gebt meine Rüstung mir!« Miss Oliver nickte meinem Freund anerkennend zu. »Fünfter Akt, dritte Szene des schottischen Stücks«, konstatierte sie. »Sie hätten wohl das Zeug zum Schauspieler, Mr. Holmes?« Dann musterte sie Lestrade und mich. »Wie steht es mit Lennox und Angus?« »Meine Miene war verwirrt genug, damit Holmes zu einer Erläuterung ansetzte.« Das Shakespeare-Zitat stammt aus dem schottischen Stück und wird vom Usurpator geäußert, der den Thron mit allen Mitteln verteidigen will. »Das schottische Stück«, wiederholte Lestrade. »Sie meinen Macbeth?« »Sagen Sie das nicht«, rief Miss Oliver sofort. Der Inspektor machte ein verwundertes Gesicht und fragte, »Was soll ich nicht sagen?« »Beth?« »Hören Sie auf damit«, forderte die Schauspielerin. »Es bringt Unglück, den Namen am Theater zu erwähnen.« »Verzeihung«, murmelte Lestrade kleinlaut und trat einen Schritt zurück. Ich war geneigt, dem armen Inspektor ein wenig zur Seite zu springen und meinte, »Nun, das Unglück ist wohl bereits eingetreten. Schließlich sind wir zum Zwecke einer Mordermittlung hier.« »Wohl wahr«, bestätigte Miss Oliver nachdenklich. »Vincent liegt erdolcht auf der Bühne. Kein Stich von allen schmerzte so wie der.« Julius Cäsar stellte Holmes fest, bevor eine weitere Diskussion über Shakespeare entbrennen konnte und ärmtete von der Zeugin abermals einen anerkennenden Blick. Doch dann begann er mit der eigentlichen Befragung. »Wenn ich richtig informiert würde, dann haben Sie das Opfer entdeckt, nicht wahr, Miss Oliver?« »Sie können mich Judith nennen«, erwiderte die Angesprochene. »Ja, ich habe den armen Vincent gefunden. Hinter Lestich getötet, mitten in einer Probe.« Sofort war mir klar, dass man ihm nicht mehr helfen konnte. Das Schwert steckte in seinem Rücken, gezielt in der Herzgegend. Er lag in seinem eigenen Blut. Ich wollte in Tränen ausbrechen, doch mir wurde bewusst, dass es einen klaren Kopf und sofortiges Handeln brauchte, um die Situation im Griff zu behalten. Je rascher die Polizei am Tatort eintreffen würde, desto besser. Daher begab ich mich zu Mr. Warwick und setzte ihn von der Untat in Kenntnis. »Anschließend zog ich mich hierher in meine Garderobe zurück, um zu tauern und ihrer Ankunft zu harren.« »Ich verstehe«, sagte Holmes, »und als Sie sich auf den Weg zur Bühne machten, gingen Sie davon aus, dass Mr. Lionheart bereits mit seinen Monologen fertig war?« Miss Oliver lächelte. Beinahe verträumt, antwortete sie, »Vincent war nie fertig. Er war ein Perfektionist, aber Sie haben insofern recht, als der Zeitplan einen Wechsel vorgesehen hatte. Mr. Warwick und ich gedachten, einige Szenen der Ophelia durchzugehen.« »Dann waren Sie wohl ein paar Minuten zu früh«, stellte Holmes fest. »Dann Mr. Warwick war zu diesem Zeitpunkt noch in seinem Büro.« »Warwick kommt immer zu spät«, behauptete die Schauspielerin. »Darauf kann man sich verlassen.« »Sie halten von den Fähigkeiten Ihres Regisseurs nicht allzu viel?«, suggerierte Holmes. Miss Oliver zögerte einen Moment. Dann gestand sie. »Ehrlich gesagt ist mein Vertrauen begrenzt. Es ist in der Szene ein offenes Geheimnis, dass Warwick's sogenannte Karriere lediglich auf den richtigen Beziehungen beruht, nicht auf künstlerischer Qualität, sondern Inszenierungen. Aber das Ensemble der Shakespeare-Gesellschaft hat gelernt, damit umzugehen. Im Hintergrund zog ohne dies Vincent die Fäden, damit nichts schief ging, jedes Mal, wenn wir genötigt waren, mit Warwick zu arbeiten. Holmes zog eine Augenbraue nach oben und wiederholte fragend. »Genötigt.« »Es wäre eine naive Annahme«, erklärte Miss Oliver, »dass es am Theater um Kunst, um ihrer Selbstwillen geht. Diese Zeiten sind vorbei. Es regiert das Geld. Es ist nicht mehr leicht, Engagements zu erhalten, von denen man standesgemäß leben kann. Bisweilen kann man es sich eben nicht aussuchen, wo man spielt und mit wem.« »Sie wollen sagen«, hakte Holmes nach, »dass die Shakespeare-Gesellschaft nur widerwillig hier am Courttheater unter Mr. Warwick agiert? Sehen das denn alle Mitglieder so?« »Das will ich meinen«, bestätigte die Schauspielerin. »Doch Vincent hat uns geraten, uns mit den Tatsachen zu arrangieren, und damit hatte er völlig recht. Wahres Talent würde sich trotz eines zweitklassigen Regisseurs durchsetzen.« Holmes nickte verständnisvoll, um dann zu den organisatorischen Hintergründen überzugehen. »Wie viele Schauspieler sind denn an dieser Produktion beteiligt?«, wollte er wissen. Miss Oliver hob die Hände. »Ach Gott, gewiss ein Dutzend aus unserer Gesellschaft. Wir haben neben Prinz Hamlet und Ophelia noch Claudius, Horatio, Laertes, Gertrude, Fortinbras, Polonius, Rosenkranz und Güldenstern und ein paar kleinere Rollen. Lediglich die gänzlich unbedeutenden Auftritte und die Statisten wurden von außerhalb besetzt. Das gehört freilich zu unseren Bedingungen. »Aber heute war kaum jemand im Gebäude«, entgegnete Holmes. »Ist das nicht ungewöhnlich, wenn so viele Menschen beteiligt sind?« Die Schauspielerin lachte kurz auf. »Sie kannten Vincent nicht«, stellte sie fest. Er verlangte absolute Ruhe und Ungestörtheit, wenn er seinen großen Eingangsmonolog aus dem dritten Akt probt. Er hat alle hinausgeworfen, die nicht zum unbedingt nötigen Personal gehörten. »Sie jedoch nicht«, konstatierte ich zwischendurch. »Niemals! Ich bin schließlich seine Ophelia«, verkündete Miss Oliver, »offenbar nicht ohne Stolz.« Holmes tippte sich mit dem Zeigefinger auf die Nase, was ein eindeutiges Zeichen war, dass er einen interessanten Punkt in der Ermittlung gefunden hatte. »Es ist ein merkwürdiger Zufall«, faßte er schließlich zusammen, »dass der Mord ausgerechnet dann geschieht, wenn kaum potenzielle Zeugen im Hause sind. Fast möchte man sagen, Lionheart hat mit seinen Usancen dem Täter in die Hände gespielt. Während er ganz allein über sein oder nicht sein sinnierte, war er gewissermaßen ein leichtes Opfer. »Und so war die entscheidende Person im Hintergrund doch anwesend«, ergänzte Miss Oliver, »die Hölle ist leer. Alle Teufel sind hier.« »Was List verborgen, wird ans Licht gebracht«, versprach Holmes mit einem weiteren Shakespeare-Zitat. »Ich danke Ihnen für Ihre Ausführlichkeit und Aufrichtigkeit. Wir wollen Sie nun nicht weiter belästigen. Nur eine Frage hätte ich noch. Ich hoffe, sie ist nicht zu indiskret. Wie würden Sie Ihr persönliches Verhältnis zu Vincent Lionheart beschreiben?« »Vincent war ein guter Freund«, antwortete Miss Oliver, ohne zu zögern. »Er war mein Entdecker, Mentor und Förderer. Ohne ihn wäre ich nicht dort, wo ich mich jetzt befinde. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Für immer.« Holmes verabschiedete sich mit einer Verbeugung und der Bemerkung, »Worte sind leicht wie der Wind, treue Freunde sind schwer zu finden.« Als nächstes suchten wir Charles Lawrence auf, der ebenfalls in einer separaten Garderobe jedoch auf der anderen Seite der Bühne wartete. Er war mir als Schauspieler durchaus bekannt, stand aber nicht in der Gunst eines breiteren Publikums. Innerhalb der Shakespeare-Gesellschaft warf Lionheart zeitlebens gewiss einen langen Schatten über seine Kollegen, so auch über den etwa sechzigjährigen, glatzköpfigen Lawrence. »Meine Herren«, begann er, nachdem wir eingetreten waren, »meine Zeit ist knapp, insofern würde ich es begrüßen, dieses Gespräch rasch abzuwickeln. Immerhin sitze ich hier schon seit Stunden untätig herum.« »Ungeduld begleitet, wahre Leiden«, erwiderte Holmes mit einem Lächeln. Doch Lawrence ging nicht darauf ein, sondern meinte lediglich, »Was soll das bedeuten?« »Heinrich VI., dritter Teil, dritter Akt, dritte Szene«, erklärte Holmes. »Aber wir wollen uns nicht mit derlei Details aufhalten. Wie die Königswitwe fordert, mehr Inhalt, weniger Kunst.« »Denken Sie, ich kenne meinen Text nicht?«, fragte Lawrence ungehalten. »Zweiter Akt, zweite Szene, auch in unserer enttäuschenden Hamlet-Inszenierung. Wenn wir nun dieses Geplänkel hinter uns lassen könnten, Mr. Holmes, so wäre er uns allen gedient.« »Wenn Sie gestatten«, entgegnete mein Freund, »dann möchte ich dennoch gleich hier anknüpfen. Sie sprechen von einer enttäuschenden Inszenierung. »Hegen Sie den Zweifel an den künstlerischen Fähigkeiten Ihres Regisseurs?« Lawrence winkte ab. »Ach, nein, Warwick ist schon in Ordnung«, behauptete er. »Er tut sein Bestes.« »Was erregt dann Ihr Missfallen, wenn ich fragen darf?«, setzte Holmes nach. Der Schauspieler zögerte einen Augenblick, ehe er erwiderte, »Nun, es ist ohne dies kein großes Geheimnis. Er ist es, unser angeblicher Hauptdarsteller. Er ruiniert das ganze Stück.« »Sie sprechen von Vincent Lionheart?«, versicherte sich Holmes. »Von wem denn sonst?«, rief Lawrence voller Verachtung. »Er ist ein Dilettant, ein Niemand. Seine affektierte Übertreibung wird ihm als Hingabe ausgelegt, sein polterndes Spiel als kraftvolle Präsenz, seine peinliche Vergesslichkeit als Spannungsaufbau. »Glauben Sie mir, es ist keine Freude, mit diesem Amateur auf der Bühne zu stehen.« »Dann werden Sie ja froh darüber sein«, konstatierte ich sofort, »dass es damit ein für allemal vorbei ist.« »Ein Ende mit Schrecken wohl«, entgegnete Lawrence. »Doch immerhin kein Schrecken ohne Ende. Aber natürlich wünschte ich Lionheart nicht gleich den Tod, falls Sie nun mich verdächtigen wollen. Es ist mehr Würde in großmütiger Vergebung als in Rache, wie Prospero sagt.« »Der Sturm, fünfter Akt, erste Szene«, warf Holmes ein, um dann nachzufragen. »Wenn gleich es Ihnen also nicht gerade nach Vergeltung dürstet, so hegten Sie doch Groll gegenüber Lionheart.« »Nur aufgrund künstlerischer Differenzen?« »Sie sind ja mehr Hellseher als Detektiv«, spottete Lawrence. »Lionheart war auch ein menschliches Desaster, überheblich, selbstgefällig, ignorant und herablassend gegenüber anderen. Diese Unachten sowie die Überschätzung Lionhearts durch die Öffentlichkeit und Kritik haben meine ganze Karriere begleitet. Ich wäre die richtige Besetzung für den Hamlet gewesen, doch natürlich mußte sich der große Meister vordrängen. Mir blieb der Claudius. Allerdings muß ich gestehen, dessen Intrige gegen Hamlet konnte ich so dann auf der Bühne einiges abgewinnen. »Der Schauspielthron der Shakespeare-Gesellschaft gebührt eigentlich mir. Ich weiß, Sie können nun abermals behaupten, Lionhearts Tod käme mir gelegen, doch zu Ihrer und teilweise meiner eigenen Enttäuschung muß ich gestehen. Ich habe mit dem Mord nichts zu tun.« »Also doch keine großmütige Vergebung«, konterte ich. Lawrence atmete tief durch, um sich zu sammeln. »Hören Sie«, erwiderte er schließlich, »ich bin kein Detektiv und weiß nichts über das Motiv des Täters, aber ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass es für die Tat einen guten Grund gab. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Jetzt sind Sie am Zug. Finden Sie den Mörder. Sonst glaubt noch alle Welt, dass ich es war.« »Nur, um ganz sicher zu gehen, dass es nicht so ist«, fügte Holmes hinzu, »wo waren Sie zur Tatzeit?« »Ja, wo soll ich schon gewesen sein?«, jammerte Lawrence. »Ich war hier in der Garderobe und wartete darauf, dass Lionheart endlich die Bühne freigeben würde.« »Von der Tat habe ich nichts mitbekommen und erst davon erfahren, als ich von Warwick informiert würde, dass die Polizei ins Haus käme und ich hier warten solle.« »Das bedeutet«, vermutete Holmes, »dass Sie die Leiche gar nicht gesehen haben?« »Korrekt«, bestätigte Lawrence. »Aber ich kann mich doch darauf verlassen, dass Lionheart nicht wieder aufstehen wird, nicht wahr?« »Verzeihen Sie den unpassenden Scherz. Tatsächlich wurde mir lediglich vom Tatort berichtet. Wie ich hörte, wurde Lionheart von hinten erdolcht mit seinem eigenen Schwert. Wie originell!« Holmes legte die Stirn in Falten. »Wie meinen Sie das? Mit seinem eigenen Schwert?« »Haben Sie denn den Tatort noch nicht gesehen?«, entgegnete Lawrence. »Ja, es stimmt, die Tatwaffe ist jenes Schwert, das zum Kostüm Lionhearts gehört.« »Ich war überrascht, weswegen ich nachfragen musste.« »Verzeihen Sie aber, zu Lionhearts Kostüm gehört ein echtes Schwert aus Metall, mit Spitze und Schneide.« »Gewiß«, bestätigte Lawrence. »Sonst wäre es wohl kaum möglich gewesen, ihn damit zu durchbohren.« »Es ist nicht frei von Ironie, dass Lionhearts Dummheit seinen eigenen Tod begünstigte. Er bestand ja immer darauf, eine authentische Bewaffnung zu tragen.« »Reine Theaterrequisiten lehnte er ab.« »Wäre nur ein stumpfer Holzstock in der Scheide an seinem Gürtel gewesen, so könnte er noch leben.« »In der Tat«, stellte Holmes fest, während er sich abermals an die eigene Nase tippte. »Welch erstaunliche Schicksalsfügung.« »Nun, wie dem auch sei, Mr. Lawrence, ich denke, für das Erste ist alles besprochen.« »Dann kann ich also endlich gehen?«, schlug der Schauspieler vor. Doch Lestrade schüttelte den Kopf. »Ich bedauere. Vielmehr muss ich Sie bitten, noch hier zu bleiben, bis die Ermittlungen entscheidend fortgeschritten sind.« »Unerhört«, empörte sich Lawrence. »Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.« Während der Inspektor nochmals entschuldigend die Arme hob, verließ Holmes bereits die Garderobe und murmelte. »Wie arm sind die, die nicht Geduld besitzen.« Wir machten uns nun endlich zur Bühne auf, um den Tatort sowie den dort immer noch verbliebenen Leichnam zu begutachten. Lestrade hatte veranlasst, dass nichts verändert wurde, damit Holmes die ursprüngliche Situation vorfinden und inspizieren konnte. Lediglich der Vorhang in Richtung Zuschauerraum war geschlossen worden, und ein uniformierter Polizist bewachte den leblosen Körper von Vincent Lionheart. Dieser lag recht zentral auf der Bühne, beuchlings in einer Blutpfütze, deren Ränder bereits eingetrocknet waren. Im Rücken steckte ihm immer noch die Tatwaffe, ein erstaunlich langes, breites Schwert, das man recht präzise von hinten in die Herzgegend gestoßen hatte. Holmes umrundete den Leichnam mehrmals, bis er direkt vor ihm zu stehen kam und mich aufforderte. Nun gut, Watson, wohl an ans Werk, denn Mord hat er schon keine Zunge, spricht mit wundervollen Stimmen. Ich muß gestehen, daß sich mein Freund als wandelndes Shakespeare-Lexikon erwies, belastete langsam aber sicher meine Nerven. Natürlich ließ ich mir nichts anmerken, stellte meine Arzttasche ab und überlegte meinen ersten Schritt. Da ich allzu lange zögerte, rief Holmes, beginnen wir doch mit der Tatwaffe. Ich hob fast gleichgültig die Schultern, nickte Holmes zu und ergriff das hölzerne Heft des Schwertes, wobei ich unweigerlich mit den Schuhen in die Blutpfütze steigen mußte. Zu meiner Überraschung war es nicht leicht, die Waffe zu entfernen, denn sie steckte recht fest im Körper und war wohl zwischen den Rippen verkeilt. Insofern kostete es mich mehr Mühe als erwartet, bis ich sie herausziehen konnte wie Arthus Excalibur aus dem Stein. An diesem Schwert ist nichts Ungewöhnliches, stellte ich fest, während ich es an Lestrade weitergab. Es hat mehr Gewicht, als man meinen möchte, aber schließlich handelt es sich ja nicht um eine Requisite. So dann begutachtete ich die Wunde. Ein einzelner gezielter Stoß, setzte ich meine Analyse fort. Fast eine saubere Wunde, direkt zwischen den Rippen, ohne die Waffe noch zu drehen. Hierfür war eine gewisse Kraft vonnöten. »Woher ist dann das ganze Blut?«, fragte Holmes. Mein Freund hatte einen berechtigten Punkt aufgeworfen, der mich kurz nachdenken ließ. Schließlich meinte ich, »Kommen Sie, Holmes, helfen Sie mir, den Leichnam umzudrehen.« Gemeinsam rollten wir den Körper auf den Rücken und erblickten die toten Augen des großen Vincent Lionheart. Doch mein Interesse galt der brustseitigen Herzgegend, denn auch hier war eine Wunde zu erkennen. »Das Schwert hat offenbar den ganzen Oberkörper durchbohrt,« konstatierte ich. »Die Spitze ist hier auf der Vorderseite wieder ausgetreten. Es braucht wohl die Entschlossenheit eines mittelalterlichen skandinavischen Kriegers, um einen solchen Todesstoß zu vollbringen. Und dann auch noch mit dieser Präzision. Jedenfalls erklärt dies den massiven Blutverlust. Lionheart würde von hinten durchbohrt, der Täter hat danach den Griff losgelassen. Als das Opfer nach vorne zu Boden fiel, wurde das Schwert wieder ein wenig zurückgeschoben und die Austrittswunde geöffnet, weswegen das Blut in Strömen floss. Von daher ist die eigentliche unmittelbare Todesursache offen. Entweder das Herz wurde so genau getroffen, dass es rasch versagte, oder der arme Mann ist verblutet. Aber das tut einstweilen wohl nichts zur Sache. Ich richtete mich wieder auf und ging ein paar Schritte zurück. Dabei hinterließ ich auf dem Boden ein paar blutige Fußabdrücke. Oh, verzeihen Sie, sagte ich. Ich verunreinige gerade den Tatort. Keine Sorge, Watson, entgegnete Holmes. Das war unvermeidlich. Außerdem denke ich, ich habe alles gesehen, was notwendig ist. Wir wollen uns nun den letzten drei Zeugen widmen. Wie angekündigt, hatten sich die Assistenten von Warwick, Ian, Patrick und Kenneth in die Kantine zurückgezogen, um dort auf ihre Vernehmung zu warten. Es waren drei junge Männer, die dort um einen kleinen Tisch herum saßen und keinen allzu betrübten Eindruck machten. Im Gegenteil, als wir eintraten, schienen sie untereinander zu scherzen und zu lachen, was erst durch unser Erscheinen beendet wurde. Ah, die Polizei ist da, rief der eine, der sich als Patrick erwies. Jungs, jetzt bitte Ruhe und Konzentration. Eine Mordermittlung ist schließlich eine todernste Sache. Zu meinem Missfallen begannen Ian und Kenneth, ob der letzten Bemerkung, zu kichern. Rasch erkannte ich auch den Grund. Auf dem Tisch standen drei Gläser sowie zwei Flaschen billiger jamaikanischer Rum, die eine bereits leer. Ich wandte mich an Lestrade und sagte ungehalten, »Meine Güte, diese Kerle sind ja betrunken. Hätte man das nicht unterbinden können?« Der Inspektor verneinte mit dem Kopf. »Wäre seitens Scotland Yard ausreichend Personal vorhanden, so hätte ich sie beide nicht aus der Baker Street holen müssen. Tut mir leid.« Doch Holmes ließ sich nicht aus der Fassung bringen, sondern stellte fest, »um so besser, Betrunkene sagen bekanntlich die Wahrheit.« »Wenn Sie sich daran erinnern können,« fügte ich zweifelnd hinzu. Mein lächelnder Freund war wieder zu einer Rezitation geneigt. »Wein ist ein gutes, geselliges Ding, wenn man mit ihm umzugehen weiß.« Dann nahm er ein unbenutztes Glas aus dem Schrank und setzte sich damit an den Tisch, während Lestrade und ich bei der Tür stehen blieben. Wortlos schenkte sich Holmes einen doppelten Rum ein und leerte sein Trinkgefäß in einem Zug, um es dann geräuschvoll auf den Tisch zu stellen. »Verzeihen Sie, meine Herren,« begann er, »ich bedauere die Unterbrechung Ihrer privaten Festivität und möchte Sie auch nicht lange belästigen.« »Das ist sehr nobel von Ihnen,« erwiderte Patrick und füllte alle vier Gläser. »Wir trinken auf das Ende der Frohnarbeit, auf die Befreiung aus Warwick's Joch.« Die drei Männer erhoben ihre Gläser, und Holmes tat es ihnen gleich, wobei er deklamierte, »Wir sind nur Krieger für den Werktag, all unsere Festlichkeit und Zier beschmutzt von nassen Märschen im mühseligen Feld. Zum Wohl, meine Herren!« Der Rum fand den Weg in die Kehlen, dann setzte Holmes fort. »Sie sind also froh, dass dieses Projekt am Court Theatre beendet ist?« »Natürlich sind wir das,« erklärte Ian. »Verstehen Sie mich nicht falsch, das Ableben von Mr. Lionheart ist bedauerlich. Er hat uns immer gut behandelt, doch von Warwick kann man das nicht behaupten. Er ist eher ein Sklaventreiber als ein Theatermacher.« »Aber warum arbeiten Sie dann für ihn?«, hakte Holmes nach. »Wir sind bei ihm verschuldet,« erläuterte nun Kenneth. »Er kann uns jede Arbeit anschaffen. Wir brauchen das Geld für unsere Familien zu Hause. Ian stammt aus Aberdeen, Patrick aus Cork, und ich habe Frau und Kinder in Belfast. Also entsprechen wir Warwick's Wünschen als Bühnenarbeiter, Laufburschen oder Dienstboten.« Holmes nickte und erwiderte, »Wir können nicht alle Herren sein. Nicht kann jeder Herr getreue Diener haben.« »Mit der Treue ist es nun vorbei,« stellte Ian fest. »Wir haben mit dem Ende dieser Hamlet-Inszenierung unsere Schuld gegenüber Warwick abgeleistet. Jetzt können wir uns bessere Stellen suchen. Und sei es auf einem Schiff nach Australien.« Die anderen beiden lachten, während Holmes abermals die Gläser füllte. »Bevor Sie in See stechen, meine Herren, trinken wir noch einen Schluck. Und wenn es Ihnen nichts ausmacht, so wüsste ich gerne, was Sie rund um den Mord an Mr. Lionheart wahrgenommen haben. Vielleicht haben Sie ja das Glück und Mr. Warwick ist der Täter.« Doch Patrick machte ein betrübtes Gesicht. »Leider kann ich das ausschließen. Warwick hat sein Büro zur fraglichen Zeit nicht verlassen. Wir hatten auf den Gängen zu tun und hätten es bemerkt.« »War jemand anderer im Gebäude unterwegs?« fragte Holmes. Ian schüttelte den Kopf. »Von draußen kam niemand rein, die Türen waren versperrt.« »Was ist mit Mr. Lawrence?« wollte Holmes wissen. »Ein seltsamer und unangenehmer Kerl«, lautete Patricks Einschätzung. »Aber kein Mörder. Wenn er nicht selbst für Proben auf der Bühne stand, dann schloss er sich in seiner Garderobe ein. Ich sehe keine Möglichkeit, dass er sich an Lionheart herangeschlichen haben konnte, ohne dass wir es gesehen oder gehört hätten.« »Sie haben allerdings auch keinen Todesschrei des Opfers gehört,« gab Holmes zu bedenken. »Weil es keinen gab,« erwiderte Kenneth. »Lionheart muß lautlos gestorben sein. In einem leeren Theater ist auf den Gängen jedes Wort zu vernehmen. Daher haben wir den Monolog gehört. Allerdings muß ich sagen, ich mag ja kein Kunstexperte sein, doch Lionhearts Stimme klang seltsam heiser. Krächzend kraftlos gelegentlich hustete er, bis er einfach abbrach. Doch dabei dachten wir uns nichts, sondern gingen davon aus, dass Lionheart sich neu sammeln wollte. An seine letzten Worte kann ich mich jedoch erinnern. Sterben. Schlafen. »Zu exakt diesem Zeitpunkt muß der Täter zugestochen haben,« konstatierte Holmes. »Ja, so war es wohl,« bestätigte Kenneth. »Doch das war uns nicht bewusst. Wir kümmerten uns ahnungslos um unsere Angelegenheiten, bis Miss Oliver den Toten entdeckte und an uns vorbei zu Warwicks Büro lief. Holmes überlegte einen Moment, um dann nachzufragen, »Haben Sie Miss Oliver davor gesehen?« »Nein,« erwiderte Ian. »Ihre Garderobe ist auf der anderen Seite der Bühne, aber Sie werden doch nicht eine Dame verdächtigen. Es handelt sich zudem um eine herzensgute Frau.« »Weibergedanken eilen immer ihren Handlungen voraus,« zitierte Holmes nochmals Shakespeare. »Und so wie ich es sehe, verfügen alle anderen über ein Alibi.« »Wenn nicht alle,« verbesserte Ian rasch. »Was halten Sie denn von folgendem Tathergang? Patrick, Kenneth und ich haben uns verschworen, um Lionheart gemeinsam zu töten. Unsere Alibis geben wir uns gegenseitig. »Das ist technisch denkbar,« gab mein Freund tonumwunden zu. »Doch was wäre Ihr Motiv gewesen? Hätten Sie dieses Projekt am Court Theatre beenden wollen, so wäre es vielmehr Warwick gewesen, den Sie beseitigen würden.« »Ganz genau,« sagte Ian, seelenruhig. »Das ist es, was Sie denken. Wenn jedoch Warwick eines gewaltsamen Todes gestorben wäre, wen hätten Sie dann verdächtigt, uns natürlich. Aber im Falle Lionheart sind wir aus dem Schneider. Sie werden im Zuge Ihrer Ermittlungstätigkeiten schon gelegentlich mit falschen Fährten zu tun gehabt haben, nicht wahr? Vielleicht trifft das auch hierzu, und wir sind die wahren Mörder.« Für zwei, drei Sekunden herrschte Stille. Dann begannen alle vier am Tisch zu lachen. Holmes nahm sein Glas und rief, »Noch einmal stürmt, noch einmal, liebe Freunde!« Dann tranken Sie die gläsernen Behälter leer, und auch die zweite Flasche Rum war beinahe zur Neige gegangen. »Meine Herren«, meinte Holmes, als er sich langsam vom Tisch erhob, »ich danke für Ihre Gastfreundschaft und Ihre Aussagen. Sollte ich keinen anderen Mörder finden, so komme ich gerne auf Sie zurück.« Unter dem fortgesetzten Gelächter von Ian, Patrick und Kenneth verließen wir die Kantine des Theaters, wobei Holmes uns zuflüsterte, »Leutselig sei, doch mach dich nicht gemein.« Wir begaben uns wieder zurück zur Bühne, wo Lestrads uniformierter Kollege immer noch den Tatort bewachte, aber den Leichnam von Lionheart inzwischen mit einem Tuch bedeckt hatte. Ich beobachtete Holmes genau, um herauszufinden, was er sich an Erkenntnissen zurechtlegen würde. Mir selbst war gänzlich schweierhaft, wie sich der Mord ereignet haben sollte. Nachdem mein Freund ein paar Mal auf der Bühne hin und her gewandelt war, verkündete er schließlich, »Inspektor, ich darf Sie ersuchen, nun alle im Theater anwesenden Personen hierher zu holen.« »Sie haben den Fall gelöst?« fragte Lestrade überrascht. »Das wird sich zeigen, sobald sich alle versammelt haben,« erwiderte Holmes. »Wie Sie wünschen,« meinte der Inspektor und zog von dannen. Noch immer konnte ich nicht erahnen, welche Schlüsse Holmes gezogen hatte. Daher erkundigte ich mich danach. »Was führen Sie im Schilde? Gibt es denn schon Beweise, um den Täter zu überführen?« »Mich düngt ich wittere Morgenluft,« antwortete Holmes standesgemäß. »Doch, ich muss sagen, mein lieber Watson, es sind nicht die belastbaren Fakten, gar Beweise, die mich zu einem Ergebnis kommen ließen, sondern die Widersprüche. Zu viele Dinge in diesem Fall passen nicht zusammen. Hier stimmt etwas nicht. Fügt man diese Widersprüche ja die Unmöglichkeiten zusammen, so ergibt sich ein Hergang, der ein Negativ des Tatsächlichen abbildet. Und daher ist die einzige verbliebene Möglichkeit nach Ausschluss aller anderen die Lösung, so unwahrscheinlich sie zunächst erscheinen mag. Nun war ich freilich so schlau wie zuvor, doch in der Zwischenzeit kehrte Lestrade ohne dies mit allen Verdächtigen, respektive Zeugen, zurück. Warwick, Lawrence, Miss Oliver, Ian, Patrick und Kenneth erschienen allesamt auf der Bühne und stellten sich an deren Rand auf. Bevor Holmes etwas sagen konnte, ergriff Lawrence das Wort. Ich hoffe, dies ist die Verabschiedung. Ich habe genug von diesem unwürdigen Schauspiel. Ein Schauspiel ist es wohl, verkündete Holmes. Doch der Abschied muss noch ein wenig warten. Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Daran musste ich denken, als ich versuchte, mir die Fakten zurechtzulegen. Die Fragen lauten, wer hat das Stück inszeniert und wer von ihnen ist der beste Schauspieler? Der Mörder, warf Lestrade ein, während er ein misstrauisches Auge auf die Verdächtigen behielt. Wir werden sehen, entgegnete Holmes. Jedenfalls bedanke ich mich nochmals für Ihre Geduld. Ich verspreche, dass Sie bald nach Hause gehen können, allerdings muss ich auch darauf hinweisen, derjenige, der Vincent Lionheart getötet hat, befindet sich in diesem Augenblick auf dieser Bühne. Die Verdächtigen sahen einander argwöhnisch an. Lediglich Kenneth war schon zu betrunken, um den Vorgängen zu folgen. Er musste von seinen beiden Kollegen gestützt werden. Nach der wirkungsvollen Pause setzte Holmes fort. Ich muss gestehen, dass es in diesem Fall kaum stichhaltige Beweise gibt und die Tatsachen, die als Beweise oder zumindest Indizien erscheinen mögen, sind falsch. Natürlich sind mir die vorhandenen Widersprüche von Beginn an aufgefallen, doch es war erst Ian, der mich darauf hinwies, dass es eben auch falsche Spuren gibt, die bewusst gelegt werden. Ja, ganz recht, rief Ian etwas übermütig. Das habe ich gesagt. Mein Freund lächelte gutmütig. Danke dafür, sagte er, um fortzufahren. Die Fakten scheinen die folgenden zu sein. Vincent Lionheart starb hier auf der Bühne, durchbohrt mit einem Schwert, das Teil seiner Kostümierung war. Er war allein, probte seinen Monolog, doch der Täter schlich sich von hinten heran, zog blitzartig die Waffe aus Lionhearts Gürtel und stieß sie ihm waagerecht durch den gesamten Oberkörper. Das Opfer fiel mit dem Gesicht voran zu Boden und verblutete. Während der Täter wieder davon eilte. Doch wer könnte das getan haben? Tatsächlich sieht es so aus, dass Mr. Warwick und Mr. Lawrence ein Alibi haben, wenn gleich letzterer das beste Motiv aufzuweisen hätte. Doch beide hätten den Weg von ihrem Aufenthaltsort zur Bühne und zurück nicht bewältigen können, ohne von Ian, Patrick oder Kenneth gesehen zu werden. Haben sich die drei vielleicht verschworen, um Lionheart zu töten? Das wäre theoretisch einfach gewesen. Doch wer schon am Vormittag zu trinken beginnt, plant kein Mordkomplott, ganz zu schweigen von einer präzisen, praktischen Durchführung. Auch fehlt jeder ernsthafte Anlass. »Somit kommt eigentlich nur noch eine Person für die Tat in Frage.« Schlagartig konzentrierten sich alle Blicke auf Miss Oliver, während Holmes fortsetzte. Die einzige Dame in unserer Runde war auch die einzige Person, die unbemerkt die Bühne erreichen und die Tat ausführen konnte, ohne dass sie dabei gesehen worden wäre. Mehr noch, da sie, wie sie angab, selbst die Leiche entdeckt hatte, konnte sie den Tatort so dann in der anderen Richtung verlassen, vorbei an Ian, Patrick und Kenneth, um bei Mr. Warwick Alarm zu schlagen. Wer würde sie schon verdächtigen? Sie war schließlich gut befreundet mit dem Opfer und während unserer Befragung von tiefer Trauer erfasst. Doch hier unterlief ein Fehler, denn es ist auch klar, wenn Miss Oliver den verbluteten Mr. Lionheart gefunden hat, dann hätte sie sich gewiß über ihn gebeugt, um zu sehen, ob er noch lebt. Dann hätte sie ganz wie Dr. Watson bei der Untersuchung des Leichnams unweigerlich in die Blutpfütze treten und entsprechende Fußspuren hinterlassen müssen, von denen es jedoch keine auf der Bühne gibt. Dies impliziert, dass Miss Oliver zur Tatzeit am Tatort war, nicht später und folglich auch die Täterin ist. Unterm Strich ist dies eine einfache Lösung und es hätte nicht Sherlock Holmes gebraucht, um auf Grundlage der Gehwege und Alibis einen Tathergang und eine Täterin zu rekonstruieren. Somit spricht alles dafür, Miss Oliver hat Vincent Lionheart erstochen. Über das Motiv lässt sich nur spekulieren. War es Eifersucht im Zuge einer gescheiterten Beziehung oder einer verschmähten Liebe oder war es umgekehrt? Und Miss Oliver musste sich etwaiger Zudringlichkeiten von Mr. Lionheart erwehren, sodass sie schlussendlich nur noch den einen Ausweg des Mördes sah. Das können wir nicht wissen, tut angesichts der von mir geschilderten Abläufe aber auch nichts zur Sache. Lestrade machte ein zufriedenes Gesicht, ergriff die überführte Täterin am Arm und sagte, Miss Judith Oliver, ich verhafte Sie wegen des Mordes an Mr. Vincent Lionheart. Doch Holmes rief sofort, Gemach, Gemach, Inspektor. Der Narr hält sich für weise, aber der Weise weiß, dass er ein Narr ist. Diese einfache Lösung, die ich soeben vorgetragen habe, ist auf den ersten Blick stimmig und kaum durch eine bessere zu widerlegen. Und doch gibt es eine. Ein Stäubchen ist des Geistes, Aug zu trüben. Und unsere Augen wurden vorsätzlich getrübt. Ja, wir wurden zum Narren gehalten. Wenn Sie gestatten, dann werde ich Ihnen nun die andere Version darlegen, die viel eher der Wahrheit entsprechen und Miss Oliver zumindest vom Vorwurf des Mordes freisprechen dürfte. Denn es gibt Tatsachen, die den Geschilderten widersprechen und die mir keine Ruhe ließen. Eine davon hält Inspektor Lestrade gerade in der Hand, nämlich Miss Olivers dünnen rechten Arm. Überhaupt handelt es sich bei ihr um eine zierliche Person. Ich habe vorhin gesagt, der Täter hätte, nachdem er sich angeschlichen hatte, das Schwert aus Lionhearts Gürtel gezogen und sofort in den Rücken des Opfers gebohrt. Nun ist es nicht nur ein seltsamer Mord, wenn der Mörder die Tatwaffe nicht selbst mitbringt, sondern dieser Vorgang liegt auch außerhalb der physischen Möglichkeiten von Miss Oliver. Dr. Watson stellte fest, dass das Schwert durch den ganzen Körper hindurchging und im Brustbereich sogar wieder ein wenig austrat. Denn dies zeigt eine vorderseitige Wunde auf gleicher Höhe wie der Einstich am Rücken. Doch Miss Oliver verfügt keinesfalls über die Kraft, die Tatwaffe vollständig durch einen männlichen Oberkörper zu stoßen, sodass die Spitze die gegenüberliegende Seite erreicht. Dies wäre bestenfalls mit Anlauf möglich gewesen, doch der Angriff musste aus dem Stand erfolgen, da das Schwert erst dem Gürtel zu entwenden war. Das Szenario, das ich vorhin beschrieben habe, ist daher unzutreffend. Miss Oliver hat Lionheart nicht ermordet. Lestrade ließ den Arm der vermeintlichen Täterin wieder los und fragte, aber wer war es dann? Wie ich schon dargelegt habe, Inspektor, erwiderte Holmes, kann es keiner der Männer in ihrem Gewahrsam getan haben? Das verstehe ich nicht, rief Lestrade verwirrt. Sie sagten doch, der Täter befände sich hier auf der Bühne. Zu dieser Behauptung stehe ich nach wie vor, erklärte Holmes in aller Ruhe. Aber vielleicht sollten wir einfach Miss Oliver fragen, wenngleich sie nicht die Mörderin ist, so weiß sie doch, was hier passiert ist. Doch die Schauspielerin widersprach. Nein, Mr. Holmes, ich habe es getan. Ich habe Vincent ermordet, ganz so, wie Sie es zuvor geschildert haben. Mein Freund war überrascht. Ich bitte Sie, Miss Oliver, entgegnete er. Wollen Sie wirklich für ein Verbrechen bestraft werden, das Sie nicht begangen haben? Wollen Sie den Rest Ihres Lebens im Gefängnis verbringen, nur um die Wahrheit zu verbergen? Das steht nicht dafür. Doch, das tut es, beharrte Miss Oliver. Inspektor Lestrade, ich ersuche Sie, mich zu verhaften. Ich lege ein vollständiges Geständnis ab bezüglich des Mordes an Vincent Lionheart. Lestrade warf Holmes einen hilflosen Blick zu, da er beim besten Willen nicht wusste, was nun zu tun wäre. Holmes seinerseits nahm die Tatwaffe vom Boden auf und ging damit auf Miss Oliver zu. Nun gut, meinte er, wenn Sie tatsächlich den Mord ausgeführt haben, dann zeigen Sie es uns. Nehmen Sie das Schwert. Los! Miss Oliver zögerte, als Holmes ihr den Griff vor die Nase hielt. Schließlich packte sie zu. Doch nach nur drei Sekunden ließ sie die Waffe wieder fallen. Sie war zu schwer für Sie und landete klirrend auf dem Boden. Und mit diesem Schwert wollen Sie Lionhearts gesamten Oberkörper durchbohrt haben? fragte Holmes kopfschüttelnd. Es ist vorbei, erzählen Sie die Wahrheit, es gibt nichts mehr zu beschönigen. Schon gar nicht um den viel zu hohen Preis ihres eigenen Lebens. Aber ich muss doch Vincents Andenken beschützen, jammerte Miss Oliver. Seine Ehre, sein Vermächtnis. Holmes ergriff die Hand der Schauspielerin. Lassen Sie es gut sein, Judith, sagte er auf eine erstaunlich einfühlsame Weise. Sie müssen Vincent nicht mehr helfen. Und Sie können es nicht. Seine große Karriere wird in gebührender Erinnerung bleiben. Daran ändert sein Ende nichts, glauben Sie mir. Lasst die Erinnerung uns nicht belasten mit dem Verdrosse, der vorüber ist. Nichts ist gewonnen, alles ist dahin. Stehen wir am Ziel mit unzufriedenem Sinn, entgegnete Miss Oliver mit einem Ausspruch von Lady Macbeth und sah Holmes dabei geistesabwesend an. Ihr Leben ist gewonnen, verbesserte Holmes, um sich so dann an mich zu wenden. Kommen Sie, Watson, Miss Oliver wird ärztlichen Beistand benötigen. Ich entsprach der Bitte und nahm mich der zunehmend verstörten Dame an, während Lestrade lauthals fragte, »Um Himmels Willen, Holmes, wer hat denn nun Lionheart ermordet?« »Niemand«, erwiderte Holmes, »oder, wenn Sie so wollen, er selbst.« Der Inspektor fiel endgültig aus allen Wolken. »Sie wollen sagen, es war Selbstmord?« »Daran besteht keinerlei Zweifel«, behauptete Holmes. Lestrade schlug sich mit der flachen Hand auf die Stirn und entgegnete, »Holmes, diesen Bericht werden Sie schreiben müssen. Wie wollen Sie denn erklären, dass sich ein Mann ein Schwert selbst in den Rücken rammen kann?« »Das ist natürlich gänzlich unmöglich«, gab Holmes sofort zu, und das hat Lionheart auch nicht getan. Das Schwert im Rücken war das Werk von Miss Oliver. »Also, dann ist sie doch die Mörderin!« rief der Inspektor, dessen Gesicht inzwischen eine tiefrote Farbe angenommen hatte. »Nein«, antwortete Holmes. Zu diesem Zeitpunkt war Lionheart bereits tot. Miss Oliver hat die Wahrheit gesagt, als sie behauptete, sie hätte den leblosen Körper gefunden. Doch die Umstände und die folgenden Ereignisse waren anders. Lionheart hatte die feste Absicht, während seiner alleinigen Probe auf der Bühne Selbstmord zu begehen. Und zwar mit Stil, während er den berühmten Hamlet-Monolog rezitierte, stürzte er sich in sein Schwert, lautlos und ohne Schmerzensschrei, wie wir wissen. Er hatte die Spitze genau an seinem Herzen angesetzt, wo wir fälschlich die Austrittswunde vermuteten, und genau so entdeckte Miss Oliver über den Toten auf Knien vorn übergefallen. Die Schwertspitze war in die Herzgegend gedrungen. Sie wußte, dass es sich um Suizid handelte. Da sie dies als eine Schmach, ja vermutlich eine Sünde, auffasste, beschloss sie, die Dinge etwas anders aussehen zu lassen und erst dann Hilfe zu holen. Sie zog das Schwert, das sie kaum länger halten konnte, heraus, woraufhin der Körper so zu liegen kam, wie wir ihn sahen. Um einen gewaltsamen Angriff vorzutäuschen und Lionheart einen Heldentod zu bescheren, stieß sie die Waffe danach in seinen Rücken, wiederum in der Herzgegend. Das hätte sie, wie wir bereits herausgefunden haben, mangels Stärke normalerweise nicht geschafft, doch wenn der Körper am Boden lag und sie das Schwert von oben mit Hilfe der Schwerkraft beschleunigen konnte, dann würde es stecken bleiben und die Ermittlung zwangsläufig von einem Mord ausgehen. Von einem Mord, für den niemand verantwortlich gemacht werden würde, denn er war nicht geschehen und es gab keinen Täter. Allerdings hatte der Plan von Miss Oliver den Fehler, das schlussendlich alles auf sie selbst als Mörderin hinweisen würde. Doch selbst da war sie noch bereit, die Schuld auf sich zu nehmen, nur um ihrem vergötterten Vincent die missgünstige Nachrede wegen des Suizids zu ersparen. Das allerdings, und Miss Oliver möge es mir verzeihen, konnte ich unmöglich zulassen. Lestrade fixierte die Schauspielerin, die sich nun an meinem Arm eingehakt hatte. »Es stimmt das, Miss Oliver? Hat es sich so zugetragen?« Die Dame konnte in ihrem geschwächten Zustand nicht antworten. Mit einem Schluchzen nickte sie lediglich zweimal. »Damit ist der Fall gelöst«, setzte der Inspektor fort. »Gratuliere, Holmes, Sie haben nun sogar einen Mord aufgeklärt, der niemals stattgefunden hat. Und doch ist eine Frage noch offen. Warum beging Lionheart Selbstmord?« »Er war krank«, erwiderte Holmes. »Vermutlich schwer. Kenneth hat mir berichtet, dass Lionheart bereits Schwierigkeiten beim Sprechen hatte. Man wird sich bei der Obduktion vielleicht den Kehlkopf ansehen müssen. Er könnte von einem Tumor befallen sein, denn er ist unförmig vergrößert. Lionheart wußte also, dass er bald die Fähigkeit zu sprechen einbüßen würde und dies wollte er nicht ertragen. Was für ein Schauspieler wäre er, wenn er verstummen würde. Und ich gehe weiters davon aus, dass Miss Oliver als Lionhearts enge Vertraute ebenfalls darüber Bescheid wußte, vielleicht sogar von den Selbstmordabsichten. Doch sie konnte ihn nicht davon abbringen. Abermals bestätigte meine nunmehrige Patientin diese Annahme durch ein zaghaftes Kopfnicken. Was für eine Tragödie, rief Warwick, der ehrlich betroffen wirkte. Im nächsten Moment meldete sich jedoch auch Lawrence nochmals zu Wort und meinte, Lionheart ist gestorben, wie er es verdient hatte, als gotteslästerlicher Feigling. Bevor es Holmes oder mir möglich war, den ehrlosen Kerl mit einer Erwiderung zurechtzuweisen, machte sich Miss Oliver von meinem Arm los, trat auf Lawrence zu und versetzte ihm ansatzlos einen heftigen Schlag ins Gesicht. Der Getroffene taumelte rückwärts, fiel zu Boden und blieb vorsichtshalber liegen. »Siehe da!« rief Holmes mit einem Lächeln. »Mir scheint Miss Oliver es doch etwas stärker, als ich angenommen hatte.« Die schlagkräftige Dame verbeugte sich mit der Bemerkung. »Es gibt mehr Ding im Himmel und auf Erden, Sherlock, als eure Schulweisheit sich träumt. Der Rest ist Schweigen.